Let's put a smile on that face! Das verfolgt mich bis heute. Deswegen läute ich ihn ein zweites Mal ein. Und diesmal bringe ich das zu Ende. Au! Deswegen! Twisted, was das Zeug hält. Postet eine Video-Antwort. Bitte haltet das Video unter einer Minute. Und das alles bis morgen. Weil ich möchte ja für Weihnachten was Schönes zusammenschneiden. Nicht wahr? So, zum Schluss kommt nochmal der Aufruf, den ich vor zwei Jahren gemacht habe. Tschüss! Ich rufe auf zum ersten der Deutsche-Vegas-Jack-Rabbit-Slim-Twist-Contest. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, ist eure Kamera einschalten. Ordentlich Lust twisten. Ihr kennt vielleicht die Szene aus Pulp Fiction. Ich will tanzen. Nein, 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 nein. Und selbst wenn ihr die Musik nicht habt, twistet einfach drauf los, nehmt euch auf. Auch mit einer ganz anderen Musik. Ist ja eigentlich total wurscht. Hauptsache getwistet. Ungefähr so.